Grüeien und herzlich willkommen hier bei ARK Survival Evolved. Ja, heute steht der große Rex Kampf an. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze abläuft. Es wird sicher lustig und zerhaltsam. Wird viel gelacht. Einige werden weinen am Schluss. Aber es wird bestimmt sehr, sehr lustig. Dann schalte ich mal die anderen wieder dazu. Oh, hier. Wie heißt das Ding? Ja, der Atompedon. Da, boah, ja. Danke. Also hier in der Mitte rausschmeißen. Ja, lausschmeißen oder hinlaufen und Neo, ich glaube das ist einer, drehe den Rex raus, sodass eigentlich die Schwänze sich einander berühren, will ich. Nicht, dass da alle schon zueinander schauen und dann einfach nur losbeissen, das ist langweilig. Ich drehe mich sehr schnell. Ja, alles Leder, ein Slot Speere mitnehmen. Vergesst das Chibi nicht, wir haften nicht für verlorene Sachen. Das bitte ablegen, falls ihr eins dabei habt. Speere. Speere. Werden kannst du selber sagen? Ja, die Slots im Tresor. Eins. Du, wer hat da kein Kostüm an? Langweilig. Ich will Dinos auf Dinos sehen. Der Rex heißt hier alle gegen Robby, gell? Das gehört Robby? Hä? Martina, warte. Hier heißt ein Rex alle gegen Robby. Du, die Ding da drin. Da heißt zwei Rexe alle gegen Robby. Ich würde empfehlen, alle Tiere einzupacken, die hier auf der Insel rumstehen, wenn es keine Rechse sind. So, hier. Bevor das noch rauslässt, verladest du dann. Komm ich die Ding mal weg, bevor der hier noch stirbt. Moin, Moin. Sorry, Fan. Aber der Stammflag, bevor du es noch rauslässt, gell? Sorry. Der ist ja auch mal geil farblich, ey. Weißt du das? Los Bordos. Ähm. Oh, ist mein Mottel. Jetzt musst du zum Tresor gehen. Schmeisse ein Floss. Nimm eine Kiste, ein Bett, tu deine Stuff da rein. Nimm einen Satel raus. Läderrüstung. Und tu die ausrüsten. Mit Kostümen und eine komplette Läderrüstung. Eine, ja. Und dann jetzt die Osettler, kannst du drauf tun. Ich finde das eigentlich eine gute Idee. Von jetzt an werden es nur noch in Dino Kostümen gemacht. Ja, ich weiss schon. Ja, das sieht dann viel greiler aus. Da kommt wohl noch jemand. 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 Der, der da tot rumliegt, ist der noch auf der Insel? Nein, ich habe ihn auf meinen Fluch gezogen. Ah ja, Neo. Menschenhandel ist verboten. Ja, er hat doch nur... Ich bin ja nicht so zerstört. Ja, wenn er noch Stuff dabei hat, wäre schade. Ja, wer weiß nicht, ob er noch mal kommt. Ja, wenn er das Internet spielt. Wenn jetzt keiner auf mein Fluch draufreist, dann... Der Strukturnschaden sollte ausgeschaltet sein. Der Strukturnschaden ist ausgeschaltet. Könnt ihr auch? Die Wechse bleiben ja dort stehen, wo sie sind. Die könnte die Flos auch noch ein bisschen wegfahren. Ich glaube, ich habe den Typen verloren. Das ist ja im Absaufen. Na ja, sehen tue ich ihn nicht. Ist der bei dir im Twype oder was? Ja, dann müsste es... Ich sehe nur einen schwimmenden Dino, aber kein... Was ist denn mit ihm los? In der Luft? Sonst, ja... Stuff rausnehmen und in den Tresor packen. Ich würde ihn gerne in den Tresor packen, aber ich würde das nicht probieren. Probier mal. Die Tür ist groß genug. Bleib mal da schön liegen, kommst du... So. Ich glaube, der ist was safe. Was für ein Wort jetzt? Ich habe 5-0 getippt und 5-0 ist es geworden. Ja. Hättest du nicht gesagt, mir hätte es mir gar nicht aufgefallen. Es haben alle eine komplette Lederausrüstung. Check. Äh, Sättel von Tresor. Äh, Zassi, wo bist du? Ich bin in der Luft. Ja, komm mal bitte runter. Ja, beim Tresor. Ja, ich komme. Box mich mal, bitte. Äh. Pack die Krühe weg. Jo, das ist gut. Warum hast du dann weg den... Ja, als ich vorhin ja noch im Admin-Modus war, dass der auch wirklich weg ist. Ja, aber alle gingen ja raus. Ja, Arcaden manchmal, dass das bleibt. Das musst du anlegen. Wir gehen nochmal ausgehauen. Aber eben alle haben einen Lederausrüstung, Sättel, einen Slot Speere. Und, ähm, ja, das Kostüm. Wäre lustig. Wir sind jetzt... Ich mache doch ein schönes Foto. Sieben Stück. Ich habe trotzdem gehofft, dass wir noch zwei, drei mehr kommen. Und da war da plötzlich die Hölle los, als ich da die Breaking News reingeknallt habe. Ja, schön. Warte kurz. Ah, wir haben noch Zeit. Äh, wie heisst der? Krankenstein, glaube ich, ist das. Prof. Krankenstein. Moment. Mal stehen bleiben. Wir können ja sagen, wie heisst... Prof. Krankenstein, aber ich glaube das wäre... Verstehe ich. Ja, äh... Moment, ich war gerade... Irgendwie abwesend. Versuchen... Äh, wie? Prof. Kranken, glaube ich, habe ich gesagt. Okay. Prof. Krankenstein. Da ist irgendjemand nicht ganz zufrieden. Nee. Der Teufel. Teufel. Wer ist das hier? Eingeladen ist er. Ich glaube, der versucht gerade beizutreten, weil der bewegt sich nicht mehr. Da ist er ja. Ja, guten Tag. Bitte mal kurz stehen bleiben. Hallo. Hallo. Und alles auf, sagen wir, was ich dir gerade gebe. Was hast du ihm denn da? Was willst du ihm geben? Ja, das Zeug, aber so, dann gehst du weiter. Äh... Floss bitte setzen. Dein Stuff kannst du in die Kiste knallen. Bett setzen. Auf Floss am besten. Ich schaue nur zu. Du schaust nur zu. Okay, aber dann geh trotzdem aufs Floss, denn du kannst sterben hier drin. Ah, okay. Gehst du auf ein Floss, das geht, sonst setzt du selbst ein Floss, damit du rundherum... ähm, zuschauen kannst. Oder auch auf dein Flugtier, aber du hast eine Kryokrankheit, musst du aufpassen. So, ich glaube, es kommt keiner mehr. Wir sind jetzt sieben Stück. Ich sehe da blaue, grüne, violette, rosa Rechse, gelbe Rechse. Ja. Mein Braun hat er nicht erwähnt. Ja, braun, gelb, orange, ja, weiss, weiser Bauch, ja, gelb fehlt. Wir haben orange. Ja, was will ich da noch sagen? Seid ihr alle bereit? Nein. Ich habe noch was. Es zählt, wenn der Rex und der Spieler tot ist. Wenn der Spieler noch lebt, kann er sich mit den Speeren versuchen zu verteidigen, solange es geht. Und bitte verlasst die Insel nicht, wenn ihr zu lange von der Insel weg seid, das entscheide ich, weil ihr die disqualifiziert. Bleibt auf der Insel. Was ist denn mit, wenn wir sterben sollten? Keine Ahnung, ich glaube da... Ja. Dann hast du ein Bett auf dem Floss. Oh nein, habe ich nicht gesehen. Warte. Dann los, hast du noch eine Möglichkeit, jetzt. Die Betten setzen, das ist euer Respawn-Punkt. Phil ist ganz schön zuversichtlich. Wir hatten da sein Floss über alle Insel geparkt. Wenn ich das richtig sehe, äh, twitchst das so, Robby. Jo. Ist das eine gute Idee? Live auf Twitch. Ich würde empfehlen, Floss ein bisschen rauszufahren. Martina, sollst du das Floss rausfahren? Was? Ist das Floss wegzufahren? Ein bisschen raus, ein bisschen. Und dein Kostüm anlegen, du bist schon wieder halt nackt. Was? Wo? Ja, Robby. Ja, Robby. Ja, dann mit. So, bittes gesehen. So, sind alle auf dem Rex, außer meine Frau? Jo. Ist gut. Warten wir noch auf meine Frau, die holt nochmal ein Kostüm. Keine Ahnung, was sie mit dem macht. Okay. Seid ihr alle bereit? Erstlich? Eigentlich nicht. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob man dafür bereit sein kann. Was haben wir jetzt für Zeit? Wir haben kurz vor 8 Uhr Tag 4001 auf das Center. Ja, wenn 8 Uhr ist, geht es los. Und das ist jetzt. Los? Winkt euch alle gegenseitig um. Ey. Yo. Und da kämpfen sie. Hey, geh weg. Mal schauen, die Sättel scheinen ein bisschen stark. Oh, ein 1400er Biss. Das war wohl Robby seiner. Nee, nee. Extrem stark. Nicht? Wer war das? Das war meiner. Ah, gut, das ist ein ähnlicher, bis gleich. Ah, jetzt kommt der, der ist. Das war meiner. Diese Kurvenhaltung, Alter. Jo. Das ist nicht wie bei der Formel 1 hier. Nee, nicht wirklich. Das ist hier mit Traktion, Neo. Oh, jetzt kommt noch Regen dazu. Wird das irgendwelche Rutschgefahr auslösen? Wer hängt mir denn die ganze Zeit am Arsch? Echte. So. Der jagt ein Oranger, ein braun-weißer Rex. Und der Blaue ist auch immer im Mittelpunkt. Oh, der Grüne ist tot. Der Grüne ist weg. Jetzt läuft der Tessa wahrscheinlich als Person herum. Oder ist Tessa schon tot? Oder wär's denn Rex ist gestorben? Sie schmeißt doch mit Sperren. Ah. Aber wieder nicht in den Hintern. Was, das bist du? Ich bin ja aus dem vorderen Schenkel. Mann. Der Neo. Ja, so braun-weiß. Und der Neo ist blau-weiß. Neo ist blau-weiß. Neo ist blau-weiß, oder nicht? Mhm. Ja. Ja, okay. Neo, du bist schuld. Auch ein Neo gewinnt. Hauptsache, der Roby gewinnt nicht. Das hat niemand gehört. Will sie doch nicht. Ich frage nicht. Wir haben da zwei Gruppen, zwei Dreiergruppen. Zwei Orange gegen einen Grauen und der Rosarote irgendwas gegen den Blauen. Einen ist wieder gestorben, das habe ich gerade verpasst. Oh nein, doch nicht, es sind immer noch sechs Rechse. Ich habe einen nicht gesehen, der hat sich versteckt. Es sind immer noch sechs Rechse und jetzt ist da eine eingekeilt. Ja, das war die Tessa. Ich habe schon zum zweiten Mal 1.400 Abyss gesehen. Sonst sind 3,70, 3,60 der Trumpf. Sonst sind 2,60. Ich weiß gar nicht, wer den gehört hat. Der hat sich nicht ganz aufbeißen. Wir wissen das. Vielleicht will ich den gar nicht beißen. Jetzt kannst du nicht beißen. Da geht einer aus. Ich bin in Pink. Ich bin in Pink. Hilfe. Hilfe, lass mich. Wir haben jetzt bald fünf Minuten rum. Bis jetzt ist ein Rex gestorben. Das auch. Überleg es dir zweimal. Alle auf die Schweizer. Komm runter. Wer wegläuft, ist schuld. Wer wegläuft, ist schuld. Hey, nicht kacken hier. Spielfeld. Dann kack mal nicht hin. Immer noch sechs Rechse. Umdrehen. Wir sind hier nicht im Zoomer. Der Blaue will sich verstecken. Oh, Katze ins Mikro. Katze ins Mikro? Katze ins Mikro, genau. Tessa? Und jetzt? Hallo. Sorry, wir haben halt schon angefangen. Ja, ist kein Problem. Wenn du willst, kannst du noch zuschauen. Wir sind links von der Vulkaninsel. Gerade über. Von unserer Insel gerade rüber. Es sind immer noch sechs von sieben Rechsen beteiligt. Ausdauer, 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 Ausdauer. Ah, der Neva tankt Ausdauer, wenn ihr gehört habt. Da müsst ihr zubeissen. Er mag nicht mehr. 1016, der zweithöchste Biss. Was, 1016? Ich hatte 1500. Deswegen ja der zweithöchste Biss. Ja, 1400, 1500 war von euch. Ja, zweithöchste Biss. Ich glaube, das war einer aus meiner Zucht. 1022, da... Oh Gott, eine Gewendigkeit, wie ein LKW. Wir können sonst mal einen Gigakampf machen. Oh Gott. Da brauchen wir aber eine grössere Insel. Oh, wer macht denn hier 1069? Ich weiss nicht, ich hab's eben. Immer noch diese sechs Rechsen, wie viele Gesundheit haben die? Der ist eigentlich ganz hübsch. Der will gar nicht hüten. Ja, kack dich aus. Ah, da, der eine blutet, der Graue blutet stark. Der Graue blutet sehr stark. Genia, äh, Neo? Ja, Neo? Auch der Gelbe hat schon starke Blutflecken. So wie der Rosarote. Was machen die da scheiße? Das ist ein Travizioten. Aber... Aber... Nein, auf einer kleinen Insel. Nach der Vulkaninsel auf der linken Seite. Der Finger verdeckt die Insel. Du siehst sie nicht auf der Karte. Nö! Nö! Ja, aber... Lauf nicht weg, du stirbst trotzdem! Und da ist ein Rex gestorben. Da kommst du nicht weg, dann. Aber ich glaube, der Spieler lebt noch. Phil? Bitte? Geh weg! Geh weg mit dem Drachen. Ich mach doch gar nichts. Ach, das bist du! Ja, das bin ich! Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Ja, das ist der Neo. Das ist jetzt. Dreie Häufchen, ja, bluten viele stark. Mal schauen. Wer fällt zuerst? Das ist der rechte, 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 der rechte. noch 1532 der spieler lebt aber noch sind noch vier also ich glaube neo lebt noch meine frau das bist du bist du viel jetzt sind noch neo und meine frau aber neos rexin neo verteidigung das ist oben beim finger ja wenn ich auf der todeskarte bin sehe ich kein finger na toll muss ich über die ganze lava insel drängen hier da war insel und dann kann ich kurz abholen kommen also wenn du von der wenn du wenn du von der kleinen insel richtung lave in kooks rechte seite genau das ist schon gewaltiger unterschied zu 227 zu 360 stand ja da ist ein blauer strahl da komme ich hin siehst du den ja ich glaube der neo gewinnt aber sie wird sich bis zum schluss ich habe keine ausdauer mehr meine frau hat noch gerade level punkte verteilt was die bewegung nicht gesehen aber keine ahnung wo sauerstoff ich habe den genauer sauerstoff ich bin jetzt am blauen wasser da ist er nicht rette mich ich bin hinter dir aber der blaue lex blutet jetzt auch ein bisschen aber ja kommt davon wie viel gesundheit er hat du musst nicht hochdeutschen genug genug ja genug dein lex hat weniger gesundheit als der lex von nee wir atmen gleich viel also wie neo aber ja du hast natürlich den bonus von und da liegt 1840er bis zum schloss ja sauber neo der scheiss zürcher lex hat gewonnen ja roby hat zwar verloren aber der staun destroyer gewinnt zum dritten mal hintereinander immer noch das mass aller dinge ups wenn ihr wollt könnt ihr wieder alle auf die insel kommen bitte nicht mehr beißen ja es war natürlich auch gemein alle sind am anfang auf mich ja ich habe gesagt es gibt ein modus der ich bin nicht auf dich du hast ihn verloren ja dankeschön du bist auf mich neo nein ich bin nicht auf dich doch du bist da 1 2 2 ja 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 aber die haben alle im bett hier die kommen wieder das funktioniert nicht das habe ich ausprobiert ja was wollen wir sagen mal Pause machen what the fuck insgesamt 14 minuten habt ihr gekämpft zuerst dachte ich ja die zettel sind zu stark aber es ging dann doch noch zügig das ist doch gut gewesen war eigentlich sehr gut ja das ist also jetzt ein kurzes event eigentlich nur so mit battle royale um mal eben zu schauen ob es lobby auch da schafft aber ja wenn natürlich von sieben rechsten 5 gegen dich sind dann wird es schwierig aber man muss sagen mein rex hat gewonnen ja dein rex hat gewonnen meine zucht ne deine zucht hat gewonnen deshalb hat ja neo mitgemacht dass wir trotzdem gewinnen ja also B darf man sein nur zu helfen muss man sie wissen ja ja ich schreibe sie dann zurück siehst halt aus wie ein Löwe ja dann kann ich mal die Langverkündigung also alle die jetzt mitgemacht haben bekommen etwas das habe ich auch weiter oben beschrieben juhu Langverkündigung ist mal so der Phil ist dritter juhu juhu die Biene meine zucht wurde zweiter und erster wurde die zucht von Robi aber nicht Robi sondern der neo zum ersten mal mitgemacht gleich zugeschlagen zu gewissen und ich weiss jetzt nicht die Preise willst du hier bereits geben oder wie willst du ja sonst kann man die da auch im Shop abholen oder so dann kann man die noch auf der Auto das was alle bekommen ist ein rexchibi du kannst ja vielleicht im Tresor mal so 200 reinknallen 200 ist klar ja das letzte mal die andere hat den ganzen Tresor durchgeschaut und war immer noch nicht zufrieden ja das war Wally ihr könnt alle mal ein rexchibi aussuchen äh ne ich kann das nicht machen ich bin im Stream sonst ist das Admin Passwort drin aha schlecht dann macht es halt Neo der streamt auch der war im Stream ah man dann beende doch einfach den Stream was nein nein was nein haha gut wir wir bringen oder wir geben es am Job einfach aus dann ja dann dann werdet ihr es nächste Woche beim Shop abholen können ja sonst kann man auch morgen morgen so um zwischen 8 und 9 irgendwie oder oder wir bringen jetzt vorbei oder was ich weiß oder so ihr könnt euch ihr könnt euch bei Robi und Neo melden genau ich knal die Preise nochmal unten rein und seht ihr was ihr alle erhaltet jetzt aber noch habe ich da ja noch drei dinos komisch aus warum das ist so die beine sind irgendwie unförmig umfassen nicht zum restlichen körper wobei auch der restliche körper liegt im restlichen körper und das sagt einer der im dinocostüm hockt ja da sieht man meine forme nicht okay ich mache jetzt noch mal denn ich habe drei rechse bekommen will noch jemanden sechs abgeben für den schönheitswettbewerb ja ich weiss trotzdem darf ich die level zeigen dann knall ich sie kurz raus oder will jemand das nicht zeigen doch doch aber du hast ja quatsch ja hast recht dann mache ich nicht ja oder wird jeder kann doch seiner auswerfen dann kannst du den platz machen wo ist der mit dem schott hier aber von viel hier ja da springt geht nicht ich habe krüo das ist ja wo ist robbie los holen raus bist du das mit dem kostet ja aber das ist nicht der schott hier ist auf dem dritten platz auf meiner ist hier auf dem zweiten platz und jetzt könnt ihr mal sehen was möglich ist ohne mutation und ohne level punkte könnte denn mal studieren das level also wir haben da noch ja große unterschied du hast schlupf level 484 robbie ja 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 er ist ohne mutation und er ist nicht sollte nicht gelevelt sein also das wirklich rein wilde werte zusammengebracht mit 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 oder ohne tiere na es sind alle werte extrem explodiert wahrscheinlich über 2000 rechse gezähmt ja dann kannst du sie behalten tini ja 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 wir haben genüge nur dass ich das jetzt richtig verstanden habe das ist der moment wo ich weg und der eigene elektron film mit seinem eigenen weggefressen werden kann genau aber er hat keinen sattel macht keinen blödsinn kapps lehnein und schenken ihm wieder außer er hat einen besseren werk kannst jetzt staunen kann doch meine werte wissen wenn ihr wollt ich weiß die werte sind alle schlechte aus robbie seine ich habe keiner der besser ist als geoffe der bewegungs der siebte versteckte wird der ist gleich gut das weiß ich ja also optisch unsere der hässlichste da kommt mir leid ich habe die farbe ich habe die farbe pink noch nicht reingebracht dieses grün ist also der ist halt alt das ist moos da und gelevelt das sieht man dann an diesem teil hier ist auch 15 58 ich glaube ihr habt gesehen lobby kriegt noch den preis für den höchsten und das ist das tier das ende jahr von einem landtier im level herausgefordert wird also rein das level deswegen gibt euch mir das was du gefragt hast was machen wir das ist das ist der master von 2020 wenn jemand dieses 21 egal welches 21 jahr wäre das level 484 mit einem landtier schlägt bekommt ein bonus an berries und der wird mindestens ein jahr lang auf dem shop ganz groß ausgestellt das ist das langzeit event das auch beschrieben ist in unserem event chat mit mit dem tag machen wir das auch und du was meinst du ich habe noch einen 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 tag wasser glas dingen zumindest im inventar hier wem gehört das tag wasser glas ding ich habe meins nicht mehr dann ist es deins es wäre doch doch dich gefressen an bill ja es ist seiner ich bitte darum korrekt danke dann müsste man die kriokammer kapsel ja vielleicht hat es mitgenommen aber ich brauche sie nicht mehr mal schauen wo du wieder zu bist du ja ihr könnt dann das flot ist doch nicht vergessen floss wieder abreißen oder ihr könnt behalten das wäre das sicher ein geschenk das im tresor von die sattel bitte nicht rausnehmen wenn noch jemand an die noch kostüme will der kann da noch eins nehmen aha ok ich bin ja gefressen worden ich würde da noch eins nehmen neobisch du neobisch meine lobby hier nimmt das ding sonst bescheid sich ach so dann möchte ich mich mal bedanken für ja lange arbeit kurzer spass ja es wäre gut wenn wir das nächste mal so eine ko-runde machen könnten ja ja aber wie gesagt beim ko-runde müssten mindestens einfach ja wieder so viele dabei sein scheiss krankheit dann schläfst du halt du blödes vieh wo bist du lab mich ein das ist der verheizer ich will was sagen nein ich kann das nicht einkapseln nein dini da ging es um die werte kannst du nicht grillen das ist auch ein griller unter und ohne level neo hinter dir naja kannst du auch eigenes tier kannst du nicht fressen deswegen mussten die leute die stämme verlassen moment kann helfen weg damit jo jo weg damit und weg ist hallo 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 ich sagte da ging es nicht um die optische Schönheit sondern um die Level und die Werte, ungelevelt und ohne Mutter. Chris hat noch geschrieben, wir versuchen auf dem nächsten Monat wieder ein normales Event auf unserem Event-Server zu starten. Wir müssen uns das noch kurz anschauen, anwesend. Honey, ja. Das ist der falsche. Ja, die sind kein Geheimnis, die sind sowieso schlechter als der von Robi. Also ich kann auch meine sagen, wenn du möchtest. Ja, ich hatte in den letzten zwei Monaten, als ich extrem viele Farben gesammelt habe, auch über zwei, drei viel stärkere Werte gestolpert. Ja, du musst es nicht wollen, du musst einfach suchen. Du musst nicht wollen, ich will jetzt unbedingt einen Besseren. Geht nicht. Also Tini, nur weil der Server auf PVP gestellt ist, das finde ich. Also, wenn du hören willst, die Gesundheit ist bei 28.820. Die Ausdauer ist bei 5.376. Der Sauerstoff ist bei 2.070. Die Nahrung ist bei 40.800. Gewicht ist 1740. Ich habe doch einen Holzbär. Und der Nahkampf ist bei 1.200. Den konnte ich auch mal buchen. Danke Tini, ich finde die auch geil. Aber der Neo hat, der Robi hat wirklich überall mindestens 5 bis 10 Punkte mehr. Das kannst du nicht vergleichen, da die Werte hier. Ja, Robi hat die Werte mal zwei und den Nahkampf mal drei. Da kannst du nicht auf Totodex gehen wegen der Bewegungsgeschwindigkeit. Die siehst du nur im Inkubator. Ja, das hat alles einfacher gemacht. Nein, bei dem Punkt... 70... Nein. Es sind sieben Werte. Wenn du 70 hast überall. Mal sieben. Das gibt... 490. Willst du dich die Eerie machen, Tini? Achso, von der Eule meine ich. Ja. Er wird... Er isst... Er isst zwischen 65 und 70. Irgendwo dazu... Ejo, gib mal bitte noch ein bisschen was Fleisch. Ein bisschen was Fleisch. Danke. 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 Einmal, einmal Lack und Gute. Einmal, einmal Lack und Gute. Ja, ich weiß nicht. Elvetia. Wenn sie es wollen dürfen, sie es behalten. Da hinten hat es auch noch eins. Ja, das ist meins. Ich glaube, ich habe nichts in der Kiste. War nur ein Beispiel. Könntest du zerstören, wenn du die Flinte hast? Hab ich nicht. Hab ich nicht? Ja, okay, dann zerstör ich es. Könntest du auch den Safe leermachen und den Safe zerstören? Und das Inventar irgendwo ins Meer schmeißen? Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei allen. Ihr könnt wieder retour. Ja, danke euch für das Organisieren. War ein bisschen eine kleine, schnelle Kampfrunde. Ich fand es lustig. Ich habe ein Video gemacht. Mal schauen, ob ich das irgendwie auf Discord schicken kann. Ja, ich bin nicht Facebook. Nein! Ja, klar. Jeder kriegt was. Das ist ja egal, wie stark der Rex ist. Robi hat verloren. Das ist auch die Hauptsache. Und wenn man noch nicht so lange auf dem Server ist, hast du auch nicht die stärksten Rechse. Das wäre ja völlig unfair, wenn du zwei Monate kommst und du hast den stärksten Rechse, wenn du Schwein hattest. Es geht dir aber auch um den Spass, wenn man dabei ist. Ich glaube, Neo würde extra, Lobby würde extra vorbeikommen und sagen, geht nicht. Muss nochmal. Ja, also eigentlich wäre es kein Kampf gewesen, wer das höchste Level bei den Tektieren hinbekommt. Wir können aber dann noch vielleicht einen Tech-Rex-Kampf machen, da die meisten sowieso wahrscheinlich auf Rechse gehen. Das wäre dann möglich. Aber da habt ihr noch bis Ende Jahr Zeit. Wir können auch mal versuchen, in so einen Kampf zu machen. Ja, Giga und Drache würde ich jetzt ausschließen. Aber so ab Rechse abwärts. Ach mann. Und dann halt. Wenn ihr Anregungen habt, was wir machen können, wenn wir zum Beispiel einen Bärenkampf holen, dann könnt ihr das auf dem Tiptor schreiben. Dann kann man das auch um... Bären brauche ich noch einen Monat. Ich fände Twikes geil. Äh, Phil? Ja. Bist du auf dies Gott Onkel Phil? Ja. Gut. Und ja, von den Stamm der Lack auf. Genau. Ne, ich kann meine Euter endlich rauswerfen. Mit einem Kompikampf. Mit einem Kompikampf. Wie lange hast du noch? Das war ein Kompikampf. Mach. Okay. Das hat Gefahr geantwortet. Flieg mal heim. Warum? Weil es lustig ist. Das war auch lustig. Hey. Ich spiele ein Spiel mit der Eule. Wär auch ein Spiel. Ein Zaunfundament hinstellen, wenn es nicht drüber geht, dann ja. Eulentennis. Boah, jetzt wird's schüttler, jetzt wird's koordinativ aktiv mit zwei Eulen. Oh oh. Ich bin standhaft geblieben. Alle. Alle. Oh, da hat mit Alarme ganz gewaltig ins ZZ. Hallo, das ist Diskriminierung von kleineren. So, Robby, ab nach Hause. Ja, bitte. Ah, ist der Tresor eigentlich von uns? Ja. Weil der ist halt noch voll, ne? Man kann. Ja. Kann ich schon mal lernen. Ja. Machen wir dann mal weg. Mhm. Was ist denn jetzt? Im Wasser? Ja. Ja. Robby, bist du der mit der weißen Eulen und der blaue Dingsda? Wow, wow! Nü, nü, nü! Auf den Drachen gelandet. So. Ah, soll ich noch gehen? Hey, Kali hat mir noch gesagt, ob ich noch nicht auf die Plätze gekommen bin. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Was ist jetzt? Müssen wir sie grillen? Grillen Sie heute? Müssen wir schon mal reizen. Richtig, schnell ein Bierchen. Zwei mit denen grillen. Und schau, scheint sie gut wie eine Freundin. Habe ich gehört sagen. Ob sie ja dabei ist. Keine Ahnung. Er hat einfach geschrieben, dass er grillen kann. Ich nehme es an. Er geht ja meistens mit ihm oder mit seinem Bruder oder mit der Steifu oder so. Hallo. Hallo. Hallöchen. Der ist schon fast alle 4 Euro. Nein, nein. Herr Robi. Ja. Ich lasse die Preise noch oben reingeschrieben. Ich lasse es dann später. Ich lasse es dann unten nachschreiben. So, das reicht mir jetzt nicht. Falls jemand den Preis schon erwarten will, sie sind in der ersten Post. Ja. Nur so. Ich habe es gesehen, ja. Passt. Ja. Gut. Warte, ich mache mir einen Screenshot. Ja. Ja. Und du? Kannst dir selber mal 250 Pädis wieder mal aus der Portokasse nehmen? Bitte. Nein. Ähm. Ja, aber er reicht nicht mit dem Hei. Ich habe keine Bären nachgespawnt hier. Seltsam. Also ich habe den Rexkampf und Schönheitswettbewerb die Preise gescreenshottet. Super. Discord. Ja, Discord, Langzeit-Event, der erste Post. Der wird dann später gelöscht, dann wird dann alles dort wieder ein bisschen gesäubert, damit das aktuelle Langzeit-Event ersichtlich ist. Also ich werde erstmal den Film beenden, der Kampf ist ja vorbei. Jo. Was denn du da jetzt? So. Ja, dann wird der Server umgestellt. Da sind noch viele drauf. Genau. Man kann sich selber entscheiden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ich habe nochmal die Idee, dass wir vielleicht nochmal einen Sumpfkampf versuchen auf unserem Server. Aber ich möchte da einfach mehr als sechs Spieler. Ansonsten ist, ja, auf unserem eigenen Event-Server haben wir eine kleine Arena gebaut, offenes Gelände mit Drops, Waffen, Rüstungen und da könnt ihr euch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das erste Mal kamen nicht so viele Spiele, das zweite Mal wurde es irgendwie vergessen, dass sie anderes geplant haben, aber angemeldet waren. Ja, fand ich nicht so lustig. Deswegen, ja, da bin ich das nächste Mal Vigoros. Wenn nicht mindestens sechs Spiele mitmachen, dann wird es einfach abgeblasen. So. Nööö, voll im Kopf, du Arsch. Das haben wir gemacht, das hat du auch gewonnen. Ja, auch sonst, oder? Ja, du hattest auch den grössen Vorteil, weil du wahrscheinlich die Karte am besten kanntest. Wenn du selten bis nie auf Rama gespielt hast und auch nie im Norden, dann keine Chance. Viele sind ja nur verloren gewesen, weil sie nicht wussten, wo sie waren. Und du hattest die Karte ein bisschen im Kopf. Ja, ich kenne die meisten Karten auswendig. Eben. Wie viele Sperre habe ich hier noch? Jump'n'Wandlers wird jetzt erarbeitet. Ja, wir hatten beide Ferien, Ferienzeit. Ich wollte auch ein bisschen abschalten von der Schule, die hat jetzt auch wieder begonnen. Und dann... ...kenn ich mich danach. Ja, hofft ihr mit der Eifel von mir! So. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen vorbei. Ah, genau. Ich gehe noch ein bisschen raus, bevor sie nach Hause kommen. Bist du Mono, Omer Amsie, am Morgen? Oder musst du weichen? Nein, vielleicht ist gut. Das ist frei. Ja, morgen muss ich hueten. Aber sonst kommen wir da ein bisschen Quatsch. Können wir es dem Mono heute ein bisschen anschauen? Hä? Was? Ich erzähle dich am Morgen. Ich habe keinen Willen! Ich habe keinen Willen! Ich habe keinen Willen! Also, in diesem Fall... Schönen Abend. Danke fürs Mitmachen, die noch da sind. Danke fürs Organisieren! Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, mache ich. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss! 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 Hallo! Ich hab schon wieder keine. Sehr gut. Oh, hier ist noch eins. Der Tüte hat sogar einen drin. Jo, tschüss. Ich bin die Speere am Verballern hinter mir. Was ist denn mit dir? Sieht aus wie ein Stachelschwein. Ja, das geht mir nicht anders. Nein, gib her! Ja! Du weißt schon, ich hab die Flakke ist gegangen, ne? Was? Ich hab noch Leben, der Tüte für Klatscher. Jo, aber ich beende mal den Stream. Danke fürs Zuschauen euch. Oh, als ich mich jetzt tot bin. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Ja, es wird sicher wieder mal so ein Event geben. Und besucht Technautica. Ganz bestimmt. Lass ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Pfff! Pfff! Tschüss! Vielen Dank.